Freitag habe ich bei Softwarearchitektur im Stream Carola Lilienthal zu Gast. Carola, wer bist du? Was machst du so? Ja, also ich bin Carola Lilienthal. Ich bin Softwarearchitektin. Ich liebe Software von innen und außerdem habe ich noch eine wunderbare Firma, die Workplace Solutions, und da bin ich Geschäftsführerin und kümmere mich voller Liebe um alle werdenden Architekten. Genau, und Architektur ist natürlich irgendwie das Thema. Was wollen wir denn genau diskutieren am Freitag? Also ich glaube, wir wollen über mein Lieblingsthema sprechen, langlebige Softwarearchitektur. Also woran erkenne ich die, was muss ich machen, damit meine Software ganz lange lebt, damit auch der Nächste sie noch versteht, mein Thema in Buch und Vorträgen ja immer wieder gerne. Genau, und dabei wollen wir auch nochmal darüber reden, welche Rolle dafür Metriken und Softwarearchitekturwerkzeuge sprechen und darum geht es am Freitag. Wir freuen uns auf möglichst viele Zuhörer und viel Diskussion und viele Fragen. Bis zum Freitag. Bis Freitag.